Ja und in dieser Folge, wie wir sehen, fängt das auch wieder genauso an. Da drüben sind sie und wollen uns wieder angreifen. Dann schauen wir mal, dass wir das Logo haben und dass wir sie wieder schlagen. So, da kommen sie schon. Aber diesmal sind es Wölfe. Okay. Da sind hier nur irgendwelche anderen Viecher, die ich noch nicht kenne. Aber es sieht so aus, als ob wir die auch besiegen können. Alle tot? Alle Gegner zurückgeschlagen. Leder haben wir auch noch dazu gekriegt. Okay. Er lebt doch noch, oder? Ein Schlüssel. Stahlschlüssel, okay. Keine Ahnung, was das war. Hier liegt auch noch ein Stahlschlüssel. Und es ist dunkel. Das heißt, wir können erstmal wieder schlafen. Ja und genug Betten haben wir leider auch nicht. So, nochmal schnell gucken hier. Was sind das für Viecher? Okay, mit einem Hahnkamm. Das war ein Husky oder Wolf oder so. Das ist wahrscheinlich ein Husky, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall sahen sie nicht gut aus. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Pals kriegen. Die sind alle gesund und munter, steht da. Das heißt eigentlich, wir gehen jetzt mit unserer Ausrüstung noch welche fangen. Weil, warte mal, 18. Das heißt... Ich glaube, wir hatten 18 und wir brauchen 30. Das heißt, wir müssen hier noch was machen. Kann ich das selber schnell machen? Ja. Okay, fertig. Dann haben wir genug. Dann gehen wir mal los und sammeln noch ein paar ein. Da würde ich jetzt auch nicht ganz viele mitnehmen. Also, egal wer da kommt, den nehmen wir. Wer hier zuerst ist, der malt hier zuerst. Der wird hier als erstes eingefangen. Ok, haben wir ihn erwischt. Da unten ist noch ein Hahn. Aber hier rechts ist auch noch einer. Dann nehmen wir den Hahn hier rechts erstmal. 21 noch neuner haben wir. Das war Nummer 22, ne 23 schon, okay, da sind zwei Lumbolds, aber vielleicht versuchen wir was anderes noch zu kriegen, da unten so einen blauen, der war ja ganz sinnig, oder? Sind hier oben noch irgendwelche anderen? Ich glaube nicht, ne? Ja, warte mal, können wir ja noch gucken, wir hatten doch noch so einen anderen da im Wasser gefangen, was war das denn für einen, haben wir den überhaupt angeguckt? Den hier, den haben wir gar nicht angeguckt, was kann der denn? Sammeln und Farmarbeit, okay, was sammelt der denn? Okay, dann hört nicht. Hier war noch ein Hühnchen, ah, da hinten ist das blaue Ding, äh, das grüne Ding, nicht das blaue, komme ich da irgendwie hin? Okay, man kann steil diese Wand hochgehen, toll. Aber man kann nicht nach rechts rüber gehen. Kann er schwimmen oder kann er nicht schwimmen? Das ist hier die Frage. Ich probiere es aus, dann weiß ich es, ne? Okay, er kann wohl schwimmen. Dann holen wir uns das grüne Ding hier dann noch. Ich weiß gar nicht, ob wir das andere überhaupt haben wir die überhaupt umgesetzt letztes Mal? Ich glaube nicht, ne? Kann halt sein. Ich brauche noch so einen blauen, der ist noch ganz gut. Und so ein Eichhörnchen aber immer noch nicht, ne? Fällt mir gerade ein. Tja, und der Daniel hatte geschrieben, ich sollte mal ein Ding jetzt probieren. Ich weiß nicht, wie er heißt, es sind Pfeil und Bogen, aber erst mal gucken, wie gut die hier sind. Vier, ich glaube der andere ist drei wahrscheinlich. Die laufen immer zu zweit, das ist schlecht, weil dann ist der zweite gleich auch aggro, wenn ich den angreife. Ne, das war sogar ein Fünfer. Aber da hinten sind die blauen. Dann laufen wir mal gerade zu den blauen. Oh, ganz viele. Ich glaube, wenn ich einen angreife, greifen mich alle an, ne? Das ist nicht gut, oder? Das haben wir schon gedacht, ey. So ein Shit. Wo greifen die alle an, ey? Ich glaube, ich muss schnell was essen. Meine Güte, ey. Das ist ein Sechser, ey. Der kann es schon, ne? Alter, der trifft mich. Kann ich jetzt leider nicht zielen, ey. Penguin-Sager hat die Finger zurückgeschlagen. Schwäche ist, was soll es nochmal? Ja, der andere ist mir die Gefahr. Guck dir an, wie der mich hier kaputt macht, ey. Ne, das hatte gerade keinen Sinn, ne? Dann gucken wir auch noch hinterher. Wollen wir keine Sorgen machen, ne? Das ist nicht gut. Und der trifft hier noch wahrscheinlich auf der Entfernung, ey. Irgendwie muss ich jetzt erstmal gerade gucken, dass ich wieder zu Kräften komme, ne? Geht das wieder hoch? Ja. Kann ich die jetzt hier irgendwie zum Angriff mitnehmen, oder was? Ne, dann kann ich sie füttern. Ja, da weiß ich auch noch nicht, wie ich die mitnehme, ne? Ist der wohl wieder fit, oder nicht? Aber ich muss erst fit werden, das ist das nächste Problem. Zum Lager komme ich da vorne, und da sind natürlich auch die Viecher daneben, ne? Passt schon, ne? Oh, 245, wie? Einer fauletzt, okay. Jetzt wäre noch die Frage, der ist noch geschwächt. Kriege ich den da hin? So, aus der Entfernung? Oh, oh. Aber diesmal kommt der zweite nicht dazu. Oder doch? Doch, der kommt auch dazu. Shit. Trifft er mich auch noch, ne? Jetzt haut der eine schon ab, aber der andere nicht, ey. Ah, genau umgekehrt hätte es sein müssen. Habe ich irgendwas, wo ich mich mit fit machen kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, wichtige Objekte. Ah, das sind wichtige Objekte, okay. 80. Da kommen immer noch ein Ei, und fertig. Vielleicht, wenn wir keinen Hunger haben, regenerieren wir auch schneller, kann das sein? Ne, kann nicht sein. Dann sind die natürlich auch ganz weg, ne? Oh, hier ist eine Sphäre. Die sollen wir dann aufheben. Ja, nützt nichts. Reisen wir gerade schnell erstmal zurück. Vielleicht heilen wir uns im Lager schneller, weiß ich nicht. Hey, deine Kumpels, die sind ganz schön stark. Vielleicht brauchen wir mehr Rüstung, oder so. Hier können wir das Essen rausnehmen. Dann legen wir mal da rein. Die nehmen wir raus. Und packen die da rein. Nichts. Escape drücken. So, 517. Ich weiß nicht, ob wir hier schneller regenerieren. Könnte sein, ne? Hütte müssen wir auch mal erweitern. Kriegen wir hier noch eine Plattform daneben. In Hütte müssen wir schauen. Okay. 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 Jetzt müssen wir das hier einreißen. Unser Bett lassen wir dann mal stehen, glaube ich, oder? Und wie kann man das reparieren, müssen wir das auch noch? Okay, dass ich ein Bett abnutze, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Und dann müssen wir noch, nee, farm nicht, betten, das. Holz fehlt schon wieder. Das kann ich nur selber für dich machen, das bringt mir jetzt nichts. Nein, nicht Escape drücken. Gut, nach Schnellreise, ne? Lass uns aber gerade noch was essen. Und die angeschlagen, sind die noch hier oder sind die nicht hier? Das coole ist, weil der jetzt so ganz ziemlich kaputt ist, müsste es ja eigentlich klappen, wenn der noch kaputt ist. Da ist ein 6er Fox stand da, ne? Da ist der 3er und diesmal ist er alleine. Da müsste ich das doch hinkriegen, oder? Wunderbar, da vorne ist noch eine Sphäre, die nehmen wir auch gleich mit. Ob ich so einen Fuchs da noch kriege? War ein Fox, oder? Stand da ein Fox dran, oder? Da war kein Ding. Da hinten ist noch einer. Aber der Fox haut ab. Das war aber ein 6er. Fox Parks. Also nichts Eichhörnchen. Okay, hier ist jetzt auch nichts, was ich sagen würde, brauche ich noch. Da ist noch. Gut, gehen wir mal zurück, vielleicht finden wir noch einen Fox in 3. Weil den haben wir noch nicht, ne? Und wir wissen auch gar nicht, was der macht. Da sind auch 2, das ist ein 4er, das ist ein 3er. Ich glaube, ich habe keine Pfeile mehr, das hat ja wieder gut geklappt, ne? Wahrscheinlich ist er vorher resistent. Jetzt habe ich ihn erwischt. Kriegen, ich kriege ihn. Wunderbar. Ist das da links? Das ist eine Truhe. Goldmünzen, 970, Palsphären, 3, kleiner Palsäle, hat sich gelohnt. Okay, lass uns zurückreisen, wir müssen sowieso erst fit werden wieder. Oh oh. Schnell reisen. Schnell zur Basis. Ich hoffe, er kommt nicht hoch, aber dann sind wir hier in der Verteidigung, ne? Oh, da können wir erhalten machen, dann nehmen wir die doch mal gerade. Futtertrog. Spiegeleier essen mal. Ne, das war falsch. Ich wollte jetzt hier nichts essen. Ich wollte denen was zu essen geben. Die Eier nehmen wir da raus. Gut, dann können wir hier entweder was braten noch. Da können wir noch nichts reinlegen. Ich denke mal, hier können wir wieder was reparieren. Holz wird da benötigt, haben wir auch nicht. Das ist schlecht, wenn hier keiner Holz abbaut. Stoff brauchen wir einmal. Jetzt sollten wir einfach mehrmals Stoff machen, ne? Haben wir ein Level Up gehabt? Weiß ich gar nicht. Ne, hatten wir noch nicht. Level braucht man denn dann noch? Oh, wir haben noch ganz wenig dafür, okay. Team. Helfende Foto, wenn Kativa im Team ist, trägt es dein Gepäck, was deine Maximallast erhöht. Okay. Ist aber nicht in meinem Team, ne? Ich würde den jetzt, hier unten ist ja einer dran, Kativa. Die ist ja in meinem Team. Lagerverbesserung können wir noch nicht. Wie viele Punkte haben wir denn überhaupt? 13 mittlerweile, okay. Vielleicht sollten wir diese Sachen mal hier fertig machen. Vielleicht kommen wir dann irgendwann auf... Ah, guck mal. Jetzt ist es frei. Dann können wir jetzt ein kleinerer machen. Und den müssen wir jetzt glaube ich noch bauen, ne? Jetzt ist die Frage, ach den baue ich mal hier hin. Hier ist noch Platz. Schlingenfalle würde auch noch gehen. Schild. Ist ja kleinerer. Was fehlt uns? Holz und Palladium Stücke, okay. Also hier liegt ganz viel rum und keiner hebt es auf oder bringt es zur Base. Das ist auch schlecht. Und das ist schon wieder Nacht. Ich glaube wir machen erst hier einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr damit welches nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanäle teilen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschau!